Na du Dein Schild ist schlecht Sag ich doch Ist egal was du sagst Jetzt sagst du auf jeden Fall Aua Sag nochmal Aua Und jetzt sagst du stirb Dein Gegenstand ist nicht ausreichend geladen Aber dafür bin ich umso mehr geladen Ne eigentlich bin ich ja nicht geladen Aber egal Ne lass mich erstmal hier ein bisschen die Truhe blündern Jetzt zu dir Jetzt zu dir Bitteschön Headshot So das heißt Ach du Kacke nicht schon wieder so ein Rätsel Moment lass mich überlegen Gibt es hier wieder solche Teile Oder muss man einfach nur den Hebel betätigen Ich glaube ich speichere hier einfach mal Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache Was ist denn das noch Was ist denn das für ein Riesen Äh Vor Ort Äh was sage ich denn Vor Ort Ich meine Ich meine Hort Ah Das war mal eine gelungene Falle Ja wie komme ich da jetzt durch bitte Achso Okay danke Danke So dann lass mich mal da Genau du Du auf dich habe ich schon gewartet Auf dich Höre Traugfürst Traugürst Hey du Traugürst Du taugst genauso wenig wie die anderen Siehste Du bist nicht mal zum Schlag gekommen Das ist dein Problem ne Jetzt liegst du da Wow Diamantenglaue Bringt das irgendwas Ah Das ist schlecht Das ist schlecht Wie ist das alles so schlecht Achso Und jetzt Die Diamantenglaue Muss ich da anwenden Oder was Ach genau Da müssen wir jetzt mal wieder drauf schauen Moment Wo haben wir denn das Diamanten 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 Hier Diamantenglaue Wie können wir die denn ansehen Können wir die hier irgendwie Okay Zuerst dieses Keine Ahnung was Dann die Libelle Und dann dieser Fuchs Gibt es da überhaupt einen Fuchs Genau Das müsste es sein Perfekt Na das ging doch mal gut Komm Wir machen das einfach noch in dem Part Ich mach mal den Part mal wieder in Überlänge Also über Überlänge Neuer Spruch Was dürfen wir denn hier lernen Ich spüre die Macht Sturmruf Also wieder neuer Drache Verstehe Was bist denn du Verbrannte Leiche Aha Aha Und warum genau Und warum genau Verbrannt Ist ihm das passiert Was Uns eben nicht Passiert ist Was macht denn der hier Ist mal was Neues So ein Toter Draugr Zu sehen Zum Toten Draugr Ich kann das Wort ewig sagen So Wir kommen wieder zurück Müssen wir jetzt wieder zurückkehren Oder Das hab ich noch nicht ganz gerafft Begib dich zu Alduins Portal Nach Sovengard Ja wo genau Ist denn das So mal Müssen wir da außen Irgendwas machen Ey 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 Das ist nicht witzig Seid ihr besser geworden Kann ich mir nicht vorstellen Dass ihr besser geworden seid Aber ihr seid einfach mehr Na dann Na 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 Wie sieht's aus Leicht geschwächt Nicht noch ein Drache Gut wir müssen dahinter Ich seh's schon Wir müssen da ganz hoch anscheinend Da ist das Portal Ich seh's Aber wir waren da drin richtig Oder Betritt Sovengard Aber schnell Ja wie soll ich denn das aktivieren Nein 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 Wie kommen wir da rein Wie zur Hölle Okay Okay erst mal speichern Erst mal speichern Nicht erst mal zu Penny Sondern erst mal speichern Ist hier ganz wichtig Okay wir müssen weg hier Wir müssen weg hier Wir müssen weg hier Wer schleunigst Gut Gut das hat die erstmal Ein bisschen aufgehalten Ein bisschen zurückgeschlagen Ey das sieht verdammt schlecht aus Für uns Warum sind das plötzlich so viele Könnt ihr mir das nur sagen Ey Ey Nein 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 Fall jetzt bloß nicht runter Mein Freund Fall jetzt bloß nicht runter hier Weg 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 Lass mich durch Ich bin Arzt Wir müssen irgendwie Was müssen wir denn jetzt machen Wie sollen wir das denn machen Der Tritt Sovengard Ja wie soll ich denn das machen Ich habe jetzt irgendwas Irgendwas habe ich jetzt bekommen Aber was Wir sollen also hier rein Aber da drin ist doch nur Skullstun Ne Skullduffen So heißt es Wollt ihr mich verarschen Ich glaube wir müssen die alle killen Kann das sein Ja das kann immer heiter werden Freunde Wenn wir die alle killen müssen Das hoffe ich jetzt einfach mal nicht Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Kommt mal her Ich muss mal mit euch reden Ihr seid einfach zu viele Ihr seid einfach zu viele Ich wollte es ihnen ja mitteilen Ich wusste nicht wie sie reagieren Weg Ah wir müssen ihn killen Klar Klar natürlich Ich meine Ja natürlich Dazu müssen wir trotzdem erstmal die anderen killen Wie soll ich denn das hinbekommen Also schwieriger geht es echt nicht So den hätten wir Den hätten wir Ausnahmsweise Nehmen wir mal diese Zweihandwaffe Bitteschön So speichern 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 Und weg Wegrennen 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 Also ich muss halt echt sagen Das will es denn wegrennen Wie soll ich denn den killen Dafür ist meine Rüstung glaube ich zu schwach Ich habe mehr eine Magierrüstung Hey wo kommst denn du jetzt her Da ist ja noch einer Warum seid ihr alle so verdammt stark Und warum bin ich es nicht Du kannst mich mal So jetzt komm her Komm her ich warte auf dich Ich warte auf dich Okay das wird heiß Das wird heiß Wir haben den eigentlich Bald Was machst denn du Du rutschst hier über den Boden Das geht nicht Hat es was gebracht Das hat gar nicht Oh nein Gut den hätten wir Den hätten wir Freunde Jetzt heißt es nur noch den großen Hey Was habe ich denn gemacht Habe ich ihm irgendwas getan Bitteschön Okay das geht so nicht Das geht so nicht Lass wir nochmal kurz speichern Das sind meine Lieblingstaste glaube ich F5 ist glaube ich meine Lieblingstaste Besonders in diesem Spiel Au Wie schnell hast du mich bitte gerade Down gebracht So Der eine Erst den einen Dann den anderen So den Hätten wir wenigstens mal Angeschlagen ein bisschen Wenn auch nur wenig Bitteschön So das ist doch schon mal was Das mache ich jetzt eben Was nehmen wir Was nehmen wir Wir nehmen Wir nehmen Gesundheit Ja Egal wir nehmen Gesundheit Sag mal warum treffe ich dich nicht Nein Geh weg Geh weg von mir Ich mag dich nicht Du Traugerwicht Oder so Keine Ahnung Ja Traugerwicht So Headshot Da sagst du nichts mehr Hey Knapp daneben ist auch vorbei Wir bekommen immer mehr Bei der Herstellung Oder Wiederherstellung Meine ich Ich lasse es einfach mal Uncut Damit ihr mal seht Wie lange das dauert Bis man so einen blöden Gegner mal down hat Zumindest auf meine Art Wegrennen und schießen Na komm her auf Versuch's doch Was bist denn du Was bist denn du So jetzt heißt es den schnell Killen Bevor der irgendwas blödes Anstellt Wie zum Beispiel den da unten So du stirbst jetzt Du stirbst jetzt Ich glaube es hackt Mal kurz speichern Ich glaube es hackt Ich hoffe mal der regeneriert sein Leben nicht Denn sonst wäre das unser Ende Genauso wie es der da vorne Auch schon sein kann Ich glaube sogar Der ist unser Ende Ja Freunde Hey Schreibt meine Dinge in die Kommentare Wie schlecht ich bin Ich mach trotzdem weiter Wisst ihr das? Es sei denn Ihr gebt mir Tipps Also konstruktive Tipps Nicht sowas wie Ey Gesterben Mit sowas kann ich nichts anfangen Ich möchte nämlich noch nicht sterben Vielleicht später mal Irgendwann In 70 Jahren oder so So Was sind das für Themen hier? Das ist Skyrim Und nicht Let's die oder so Oh Gott Let's try Fleischwagen oder sowas Nein 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 Nee Halb so schlimm Halb so wild Halb so wild So ich brauche jetzt nur Magika Eine Menge Magika Am besten so einen Zauberdrang reinpfeifen Na komm Pfeifen wir uns jeden rein Volle Energie Wenn der nämlich stirbt Stirbt der andere auch Das wäre dann nämlich schlauer Wenn wir den hier umbringen Viel Leben hat er ja nicht mehr Sag ich das einfach mal so Um mir Mut zu machen Shit Ich würde sagen Shit Habe ich hier irgendwo Was war das für ein Speicherstand? Jetzt bin ich mal gespannt Was war denn das für ein Speicherstand? So wir sind also hier Habe ich da schon Ja da habe ich Magika schon ausgerüstet Dann hast du ja nicht mehr so viel Leben Mein Freund ne? Mein Nicht-Freund Ich brauche Leben Schnell 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 Der kleinen Heilung Ja klar ich brauche Der Mega Heilung Der starken Heilung Hier sowas brauche ich Genau Das ist nach meinem Geschmack Ich brauche verdammt nochmal Ausdauer Wie kriege ich denn Ausdauer? Kriegt man hier sowas? Hallo? Ausdauer 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 War hier nicht gerade irgendwas mit Ausdauer? Hier Nein Jetzt habe ich den nicht genommen Aufkommen So Zweimal Damit es gleich voll ist Warum sind die plötzlich so stark zum Ende nochmal? Na du Speichern Speichern Aber schnell Und weg hier Let's run away Könnte ich das eigentlich nennen So den haben wir bald Den haben wir bald Habe ich vor 5 Minuten auch schon Äh vor 50 Minuten auch schon gesagt Mittlerweile Jetzt reicht's Du bist dran Du bist jetzt dran Bitteschön Das glaube ich jetzt nicht Es hat noch ein Schlag gefehlt oder? Aber wenigstens habe ich hier einen schnellen Guten Speicherpunkt Ein Ein Schlag hat doch jetzt noch gefehlt oder? Warte 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 Moment Das stand nicht im Vertrag Das war echt nicht im Vertrag Du hast noch nicht mehr viel Leben oder? Hallo? Da bist du Du hast echt nicht mehr viel Leben Und nicht mehr alle Tassen im Schrank Du hast von allem etwas Haben wir jetzt schon diesen Den mit dem Leben haben wir jetzt schon genommen Ne? Wie Ich bin total verwirrt gerade Also falls du immer noch da bist Äh Hut ab Hut ab Dass du dir so viel Scheiß reinziehen kannst von mir Also ich bin mir sicher Wenn ich dieses LP beendet habe Werde ich meinen Kopf gegen die Wand schlagen Wenn ich mir die Wiederholungen ansehe Und am besten noch ein best of davon zusammenschneiden How to do it not correctly am besten So Komm jetzt komm 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 Ich weiß nicht ob ich jetzt von diesem Speicherstand nochmal ausprobieren sollte Ich könnte es mal versuchen Wäre vielleicht schlau Äh nicht Okay wäre nicht schlau Das heißt wir machen das nochmal von dem hier War das von dem hier? Ne 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 Ey wie blöd ist das denn jetzt? Wie bescheuert ist das denn jetzt? Wir müssen sofort irgendwie Tab drücken Freunde Ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder Wenn ich diesem Wunderschönen Mensch Oder ist noch nicht mal Mensch An den Kragen gehe Bis gleich Neue Stufe So Freunde pass mal auf Guck mal wo der hängt Das ist so ein Depp Ehrlich So ein Depp hätte ich mir Und da müssen wir jetzt runter? Guck mal komm wir da Okay okay Diese Maske brauchen wir Genial Die Maske brauchen wir So das nehmen wir auch noch mit Boah das ruckelt gerade ganz schön So jetzt hat sie es wieder Sehr schön Hier ist außerdem noch eine Truhe Und wir müssen irgendwas ablegen Egal was Irgendwas Ich glaube ich schaue erstmal nach Äh Der Bekleidung Und zwar haben wir noch so ein Genau Morokai Die hat nur vier Gewicht Okay Dann legen wir hier irgendwas ab Was Was hat denn hier viel Haben wir hier irgendwas Was wir ablegen können? Ne Irgendwie nicht ne Schauen wir mal bei sonstiges Die haben alle nur so wenig Gewicht Komm wir müssen Irgendwas Ich glaube wir schmeißen einfach mal Sowas raus hier Okay das ist schon mal weg Haben wir hier noch irgendwas? Hier Den weg Haben wir noch irgendwas 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 Was ist das denn? Weg damit Schwachsinn brauche ich nicht Und dann am Ende stehe ich blöd da So wir müssen jetzt da wieder hoch Wie kommen wir denn hier wieder hoch? Ich bin jetzt runtergesprungen Oder runtergefallen eher Na du? Hä? Na was machst du hier? Was? Wie viel Leben hast denn du? Achso das sind zwei von euch Ja dann Dann verstehe ich das Wir würden am liebsten erstmal hier speichern Bevor irgendwas passiert Irgendwas ungeahntes Aber wie zur Hölle kommen wir hier wieder hoch? Wisst ihr was? Macht euch weg Gut hier kommen wir anscheinend nicht mehr hoch Ne 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 wir nehmen den Wat? Jetzt Komm her Sag ich doch So der da hinten muss jetzt nicht unbedingt herkommen Aber ich find den Ich find's nicht mehr Wo wir hier hoch müssen Bin ich irgendwie total blind? Gut wir müssen jetzt hier hoch Aber wie kommen wir da hin? Ich spring hier einfach mal runter Ja aber Moment Wir müssen doch hier außen rum Hier haben wir doch den Drachen erlegt Dann war das doch richtig hier Boah dieser Part ist sowas von lang Das wird mal ein Special Freunde Na? Wenn das nicht einen Daumen hoch bekommt Dann weiß ich auch nicht Setz mich hier fast eine Stunde hin Und zock Skyrim Irre hier fast Eine halbe Stunde allein schon rum Krieg nichts auf die Reihe Finde nichts Aber ich find das irgendwie total witzig Wie man hier einfach so ein bisschen Planlosigkeit verkörpern kann Ach da geht's weiter Gut ich glaube Wir kommen näher War das hier? Oh nein 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 Ey Nicht du Wir hatten dich eingeladen Na? Na? Wer hat dich eingeladen? Warst du das selbst? Naja Einladung abgelehnt würde ich sagen Auf jetzt kommen Das soll wohl nicht wahr sein So ein blöder Traugerwicht So ein Wicht So wir kommen hier anscheinend doch nicht weiter Was zur Hölle? Wo müssen wir denn hin? Ne hier müssen wir nicht rein Wir sind doch da außen rum gegangen Oder? Huch Hier sind wir auch nicht hin Ey sind wir da wirklich? Was zur Hölle? Wo sind wir? Sind wir da durch den Tempel durch? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen Ich überlege gerade Ob wir da wirklich durch den Tempel durch sind Scheint so ne? Werden wir ja gleich sehen Wenn wir hier Reingehen können Gut wir können hier reingehen Aber ob wir Da jetzt auch wirklich Die Punkte Ob der Punkt jetzt hinter uns Was zur Hölle? Wo kommt denn ihr her? Ruhelos Ja merkt man Aber jetzt bist du für immer in Ruhe standen Du auch Kannst gleich hinterher Bitteschön Gesichtsoperation So Jetzt erstmal schauen Also sind wir hier doch richtig Wir müssen da nochmal ganz durch Freunde Das erspare ich euch Ich zeige euch einfach Wie wir da jetzt an diesem An diesem Kreis da sind An diesem Portal Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich